Ich bin Thekin Kotsch, ich bin seit zehn Jahren bei Male und im Bereich Sales Support tätig. Ich bin sozusagen die Schnittstelle zwischen dem Kunde und dem Außendienst und unterstütze unsere Außendienste bei der Kommunikation mit dem Kunden. Der Sales Support ist hauptsächlich dafür da, damit der Außendienstler mit sehr vielen Informationen zum Kunden rausfahren kann und entsprechend unsere Produkte auch präsentieren kann. Der Außendienstler ist meistens unterwegs und braucht uns sozusagen als Unterstützung zu sämtlichen Informationen. Wenn der Kunde irgendwas braucht, irgendwas benötigt, dann müssen wir da sein, um die Probleme zu lösen. Wir haben eher mit den Großhändlern zu tun, aber auch mit den Werkstätten oder mit den Endusern. Das sind unsere Hauptkunden, auf die wir uns fokussieren müssen. Im Alter von 17 Jahren habe ich schon mit meiner Ausbildung hier begonnen als Fachkraft für Lagerlogistik, die ich auch nach drei Jahren erfolgreich abgeschlossen habe. Anschließend habe ich noch sechs weitere Monate im Lager als Kommissionärer weitergearbeitet, bin durch zig Abteilungen durch, habe mir entsprechend ein Netzwerk unten im Lager aufgebaut und was mir persönlich jetzt noch sehr weiterhilft. Anschließend bin ich dann sozusagen im Vertrieb gewechselt, beziehungsweise Customer Service. Da hat es auf jeden Fall Klick gemacht und habe gemerkt, da sind meine Stärken, mit Kunden zu arbeiten. Ich mag es sehr, mit Kunden zu arbeiten. Der persönliche Kontakt sowie auch der telefonische Kontakt macht mir sehr viel Spaß, bereitet mir sehr viel Freude. Ich bin gerne unterwegs, ich bin auch gerne an Messen dabei. Also ich finde es mega cool, dass die Firma Male einen auch so weiterentwickelt. Und dass man nicht immer nur an einer Abteilung oder in einem Bereich bleibt, sondern dass man immer weitergehen kann den Schritt, wenn man möchte natürlich. Das liegt an dir sozusagen, beziehungsweise an mir. Wenn ich den Weg gehen möchte, dann hindert mich auch keiner dran. Da unterstützt Male einen auch. Also ich finde dieses Werk Male in Schorndorf ist schon wie eine Familie für mich geworden. Und da ist noch sehr viel Potenzial, auch bei uns im Bereich. Ich weiß, wir können noch viel mehr schaffen.